Hallo Internet, ich bin Pesti. In den letzten Wochen oder sage ich mal Monate habe ich mehrere YouTuber angeschrieben, von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Ich war auf der Suche nach mehreren Dingen, nicht nur nach einem Aufnahmepartner, sondern auch nach anderen Dingen, nach Partnern auf jeden Fall für meine Projekte, für meine Videoprojekte. Und ich habe aktive YouTuber angeschrieben und also ich habe darauf geachtet, dass sie Videos posten, relativ gleichmäßig, dass ich weiß, okay, das ist immer noch ihr Hobby. Wir haben jetzt nicht aufgehört vor einem Jahr oder sowas und reagieren da nicht drauf. Und ich habe sogar Personen angeschrieben, die ganz explizit nach Partnern gesucht haben. Und ich habe das gemacht auf eine Art und Weise, die ich für Idioten sicher hielt. Denn wer es nicht weiß, in der Überseite auf jedem YouTube-Kanal gibt es die Möglichkeit, vom Kanalbetreiber eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Da steht für geschäftliche Anfragen. Also es ist eigentlich eher für Unternehmen geeignet, die so Support machen oder vielleicht für große YouTuber, um da ihre Fan-Mail zu empfangen. Aber auch auf meinem Kanal, youtube.com slash nurkram, gibt es in der Überseite oder About oder ich weiß nicht, wie die heißt, der letzte Tab auf dem Kanal. Da gibt es unten eine E-Mail-Adresse, die ihr euch anzeigen lassen könnt, um mir E-Mails zu schreiben. Und natürlich werde ich die lesen und antworten. Das ist auch für Fan-Mail gedacht. Und das erschien mir eine vernünftige Art der Kommunikation zu sein. Und ich habe jedes Mal, wenn ich jemanden angeschrieben habe, diese E-Mail-Adresse benutzt, weil ich der Meinung war, die haben die da hinterlegt und es ist die vielleicht mit ihrem Konto verknüpfte oder es ist auf jeden Fall eine, die sie hinterlegt haben, weil sie über diese E-Mail-Adresse kontaktiert werden wollen. Etwas, was dem Producer, dem Content Creator selber eigentlich wichtig sein sollte. Da ist meine E-Mail-Adresse und ich möchte, dass ich darüber kontaktiert werde und über keine andere E-Mail-Adresse. Das ist meine bevorzugte Kontaktmöglichkeit. Wie oft guckt man am Tag schon seine E-Mails durch? Zumindest einmal. Also ich hatte erwartet, dass darauf ziemlich schnell Antworten kommen und ich habe tatsächlich eine einzige Absage bekommen und von den anderen habe ich nie etwas gehört. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ich bin kein Mann der kurzen Worte, obwohl ich gerne Twitter benutze, aber ich habe sehr, sehr ausführliche E-Mails geschrieben. Und das bedeutet für mich, wenn ich jetzt eine sehr lange E-Mail bekommen würde, die nicht nur einfach nur zusammengeschmissener Humbug ist, dann würde ich sagen, boah, da ist jemand, der will wirklich was von mir und der hat sich richtig Zeit genommen und hat sich hingesetzt und vielleicht eine halbe Stunde diese E-Mail geschrieben. Wie lange, wie oft schreibt man schon mal eine halbe Stunde eine E-Mail, so privat und hobbymäßig. Da hat sich jemand Mühe gemacht und hat sich Zeit genommen und wenn in dem Text sogar noch drin steht, dass derjenige ein paar Videos von mir angeguckt hat und die gut fand und der Meinung ist, dass wir ganz gut zusammenpassen könnten, dann kann ich mir doch die Zeit nehmen, darauf zu antworten. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber wenn ich so eine lange E-Mail bekomme, dann bin ich viel mehr erpicht darauf, diese E-Mail zu lesen und dem Menschen dahinter zu verstehen, was seine Motivation ist und sein Antrieb und ihm natürlich eine entsprechende Antwort zu schicken, anstatt ihn einfach nur zu ignorieren. Wenn ich eine E-Mail bekomme mit einem Satz, hey, lass mal was zusammen machen, dann weiß ich überhaupt nicht, wer das ist, ich weiß eigentlich nicht, wie der mich gefunden hat, ich weiß nicht, was der an mir gut findet, ich weiß nicht, warum er gerade mich ausgesucht hat, ich weiß nicht mal, was seine Interessen sind, ob wir gut zusammenpassen, scheiße, ich weiß nicht mal, wie alt er ist und ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist nicht gut. So eine ganz kurze E-Mail zu bekommen, ist für mich nicht vorteilhaft. Da habe ich wirklich keine Lust drauf zu antworten, weil meine Antwort erstmal tausend Fragen sind und diese E-Mail ist viel länger als das, was derjenige geschrieben hat und da frage ich am Ende, wer will eigentlich von wem was? Will der wirklich was von mir oder renne ich demjenigen jetzt hinterher? Aber wenn ich eine E-Mail bekomme über etliche hundert Wörter oder lass mal eine tausend Worte E-Mail, was ich glaube ich schon geschrieben hatte, sowas bekommen, okay, das erschlägt einen erst, aber ist man da nicht stolz drauf? Ist man, findet man es nicht toll, dass jemand so viel für einen geschrieben hat, dass ich diesem jemanden so viel bedeute, auch wenn ich vielleicht noch nie von ihm gehört habe, das muss ich doch erstmal respektieren, diese Mühe, die sich da jemand gegeben hat. Darauf überhaupt nicht zu antworten, kann ich nicht nachvollziehen und das haben mehrere Leute schon mit mir getan. Und ich weiß echt nicht, wo, es gibt eigentlich keinen Mittelweg. Entweder ich nehme mir Zeit und schreibe eine lange E-Mail, erkläre mich und meine Hintergründe und warum ich mit demjenigen etwas machen wollen würde und dann am besten noch Vorschläge, was ich machen will und dann vielleicht noch, was ihn erwartet, wie oft ich am liebsten aufnehmen würde oder wie oft ich Videos veröffentliche. So ein Zyklus, dass man schon von Anfang an mit offenen Karten spielt, um zu sagen, ich will das, 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 kannst du mir das geben. Und im Großen und Ganzen füge ich immer hinzu, wir können auch erst aufnehmen und dann alles veröffentlichen, wenn es fertig ist. Ich will einfach nur Spaß haben, ist keine Hollywood-Produktion. Also ich nehme diesen Druck dann auch tatsächlich wieder weg, es soll keinen Druck geben. Aber wie gesagt, wenn ich so eine lange E-Mail sehe, dann lese ich die bis zum letzten Satz und lösche sie nicht, ohne zu antworten. Wenn ich aber so eine ganz kurze E-Mail bekomme, dann wüsste ich nicht, ob ich Lust darauf hätte zu antworten, aus den Gründen, die ich bereits genannt habe. Also, weil dann, dann wüsste ich, der hat sich für mir, für mich keine Zeit genommen. Wie viele dieser einsilbigen E-Mails hat der am Tag schon verschickt? Da fühle ich mich nicht sonderlich geschmeichelt durch, aber wenn sich jemand Zeit nimmt, finde ich super. Wenn er vielleicht noch ein bisschen auf Form und Rechtschreibung achtet und man den Text vernünftig lesen kann. Ja, top. Aber, ich meine, was, was wollen denn andere YouTuber? Wenn ich einen YouTuber habe, mit von mir aus 500 Abonnenten, so viel wie ich, ich habe Leute angeschrieben, die so groß sind wie ich. Oder teilweise kleinere, teilweise größere, mit 1000 Abonnenten. Oh, erschießt mich, ich habe weniger Zuschauer als ihr. Wenn, wenn so ein Creator eine E-Mail-Adresse hinterlegt, dann wollen sie doch darüber kontaktiert werden. Es ist kein Muss, eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Was wollen diese Menschen denn? Es ist, man, 98 Prozent von den E-Mails, die ich verschickt habe, werden einfach kompetent ignoriert. Von Leuten, die nicht bekannter sind als ich. Das ist einfach nicht fair. Das ist ein ganz schöner Arschloch-Move. Ich weiß nicht, was das soll. Falls mich irgendjemand hört, der selber einen Kanal hat, hört damit auf. Ich bin nicht nur Creator, ich bin auch Zuschauer. Und ich mache gerne Videos mit anderen Leuten zusammen. Und wenn ihr aktiv sucht oder sagt, ihr seid offen für Anfragen und ich schicke euch eine ernst gemeinte Anfrage, und schreibe eben nicht nur zwei Sätze, dann will ich nicht ignoriert werden. Das ist einfach scheiße. Vielmehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein. Das ist... Ich meine, selbst wenn ich auf eine einsilbige Absage, also nicht einsilbig, aber die aus ein, zwei Sätzen besteht, eine Absage. Okay, wenn ich auf die trotzdem zwei Wochen warten muss, was seid ihr denn? Eine Support-Line? Bekommt ihr jeden Tag tausend E-Mails? Ich glaube nicht. Müsst ihr das erstmal an eure Angestellten weiterliefern? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, diese E-Mail-Adresse, genauso wie meine auf meinem Kanal, der nicht unbekannter ist als euer Kanal, ich glaube nicht, dass ihr auf diese E-Mail-Adresse öfter eine E-Mail bekommt als einmal alle paar Monate. So sieht es nämlich aus. Ich kann es nicht verstehen. Es ist für mich völlig unverständlich. Vielleicht könnt ihr mich in den Kommentaren etwas aufklären, aber wenn ich eine ewig lange Nachricht kriege, dann fühle ich mich geschmeichelt, wenn die ernst gemeint ist, wenn die nett geschrieben ist und wenn da jemand was von mir will, dann ignoriere ich den nicht einfach. Da kann ich auch sagen, ich bin Single-Creator, ich mache keine Together. Aber wenn das nicht explizit irgendwo steht, und vor allem, wenn deine E-Mail-Adresse ist zum Kontakt, warum zum Teufel würde ich jemanden ignorieren? Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.